Der Countdown läuft immer. Geschrieben von Wilfried Liebe am 9. Februar 2011. Der Countdown läuft immer. Noch zehn Minuten bis zum Sarg. Ich gebe mich ab. Die Lampe hat viele kleine Untermieter. Sie weiß von nichts. Wenn jetzt der Staatsanwalt einen Schriftsatz hätte, würde ich alles gestehen. Da A erschlagen, da B entführt, da C gegen seinen Willen in den Zoo eingeladen. Kaffee, Popcorn, viele Fotos. Nicht jeder Tag hat seinen warmen Pelz. Nicht jeder Augenblick lässt mich auf seine Bühne. Fremdbestimmt bekomme ich Angst, gehe in den Bunker. Flüchte in den Schlaf. Es fehlen die großen Küsse in meinem Leben. Es tanzen keine Mädchen mehr aus der alten Zeit. Und vielleicht nur noch neun Minuten.